So, heute steht eine Transportaufgabe am Programm. Diesen Baumschnitt muss ich zu einem Freund bringen, der macht daraus Hackschnitzeln. Das schaut so aus. So, dann fahren wir da los. Geschenk habe ich auch mitgenommen. Das dauert bei mir ein bisschen, bis der Ölbruch kommt, jetzt ist er da. Sehr gut. Und jetzt kommen wir das. Vielen Dank. So, dann testen wir mal den Blinker. Linker Check, passt, andere Seite, sieht gut aus, dann kann es losgehen. So, dann testen wir mal den Blinker. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 und jetzt kann ich wegfahren und das zieht mir das ganze Zeug runter. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 So, schaut gut aus. 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 So, schaut gut aus.